Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Sony ZV-E10. Hier steht sie, das gute Stück, die ich mir selbst gekauft habe. Vor allen Dingen zum Vlogging und mal noch mit dabei zum Fotografieren, aber mehr zum Filmen natürlich. Das ist der Hauptschwerpunkt auch für diese Kamera. Zielgruppe sind Einsteiger, Menschen, die eher Vlogging machen, auf Reisen vielleicht unterwegs sind. Und ich selbst habe sie mir tatsächlich nur als B-Roll-Kamera zugelegt und hatte bislang schon meine rechte Freude damit, wo ich aber auch Probleme sehe und wo ich mir auch wünsche, entwickelt habe für die nächste, also Nachfolge-Generation davon. Das siehst du in diesem Video. Viel Spaß. Wie ich bereits zum Eingang gesagt habe, habe ich mir die Kamera selbst gekauft. Hier gibt es kein Sponsoring dahinter, also weder von Sony noch von anderen Firmen. Und ich habe mir sie bewusst zugelegt, weil ich selbst unterwegs beim Filmen festgestellt habe, dass immer so eine Kamera als Ein-Mann-Bude, das ist immer nur so gut und man kommt auch nur so weit. Also wenn ich unterwegs bin und fotografiere, ist meistens, ist es so, dass in den Situationen, wo das Licht am besten ist oder wo die Situation genau ist, so wie ich sie möchte, ich mich entscheiden muss, möchte ich filmen, darüber sprechen, euch was zeigen oder möchte ich fotografieren. Und das ist immer so der Trade-off, der jedes Mal dann da ist. Und ich habe mir gesagt, nach den Jahren jetzt mit GoPro und Insta360 ist es alles immer nur so halbherzig, finde ich. Es geht auch, es geht, aber mit der ZV-E10, mit einer Kamera wie dieser, kann man dann deutlich besser filmen, finde ich. Und ich habe die Möglichkeit, verschiedene Objektive dran zu verwenden. Aber wir starten mal der Reihe nach. Zum Einstieg möchte ich mal kurz was zur Verarbeitung und zum Gerät, zur Kamera an sich sagen. Wie ihr seht, habe ich mir auch diesen Tripodgriff, diesen kleinen, dazugeholt. Der ist sehr praktisch. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, das ist ein bisschen Spielzeug, aber es hat tatsächlich einen Grund, weshalb er so ist und er ist wirklich gut geeignet für diese Kamera. Ich würde den mal eben abschrauben. So, also so bekommst du die Kamera ausgeliefert, wenn du sie dir kaufst und sie ist natürlich ziemlich klein. Sie ist gerade eingeschaltet, genau, ausgeschaltet. Also sie ist furchtbar klein in so einem Vergleich. Hier ist das iPhone 15 Pro Max, also das ist das Große. Und ihr seht, die Kamera ist deutlich kleiner als das Telefon. Klar, das Telefon habe ich immer dabei und die Kamera ist etwas dicker als das Telefon. Aber von den Größen her, vom Packmaß, ist die Kamera deutlich besser schon mal als das Telefon. Klar können wir ein kleineres Telefon nehmen, aber in meinem Fall ist das schon mal ziemlich klein und kompakt. Die Kamera an sich ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Es gibt wenige Teile, die aus Metall sind hier, also sprich diese Ösenhalterungen links und rechts, der Objektivanschluss, das Bajonett und hier oben noch der Blitzschuh, was ein Multi-Interface-Schuh ist. Das hätte ich auch nicht gedacht in dieser Preisklasse. Und der Rest ist aus Kunststoff. Das fasst sich auch nicht wunderbar gut an. Das fasst sich jetzt nicht hochwertig an. Es ist, wie es ist. Die Kamera besteht komplett aus Kunststoff. Das muss man wissen im Vorfeld. Einfach da jetzt auch keine Erwartungen enthegen, im Sinne von, dir kommt ein Magnesium-Body oder sowas oder ein bisschen was von Metall. Nein, alles Kunststoff. Du hast keine Suche. Das ist jetzt gut und schlecht. Ich finde, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Die Kamera sollte sehr klein konzipiert sein. Für die Menschen, die eben kompaktes, kleines Packmaß brauchen, stört deine Suche auch mal schnell. Ich persönlich hätte gerne einen gehabt oder einen zum Draufstecken vielleicht. Aber gibt es nicht. Dafür gibt es ein großes Display, was du umdrehen und zwiffeln kannst. Das ist tatsächlich gut. Denn das Display ist gut genug für Vlogging-Situationen und ist auch hell genug. Du kannst alles ablesen. Du kannst alles erkennen darauf. Also dieses Selbstfilmen oder Fotografieren funktioniert richtig gut mit diesem Display, weil es eben groß genug ist und vor allen Dingen an der Seite rausklappt, so wie man das meistens möchte und eben nicht immer darüber oder darunter, wo dann der Tripod im Weg ist oder das Objektiv. Das ist ideal von der Seite gelöst. Übrigens, by the way, wenn die Kamera eingeschaltet ist und du klappst das Display so ein und zu, schaltet sie sich aus in eine Art Standby-Modus und schaltet sich wieder ein, wenn du das Display aufklappst. Das ist etwas, das wusste ich gar nicht im Vorfeld. Das habe ich dann erst bei dem Vlog am Eibsee, den verlinke ich mal hier oben, erst festgestellt. Finde ich sehr praktisch und macht total Sinn, dass man die Kamera nicht immer ein- und ausschalten muss, denn sie lässt sich ohnehin jetzt nicht gut bedienen, aber darüber sprechen wir gleich. Alles aus Kunststoff, wie gesagt, auch die Klappen an der Seite, die Anschlüsse hier oben. Es gibt zwei Klappen an der Seite, mehr gibt es nicht. Diese beiden sind auch wirklich aus sehr dünnem Kunststoff, aber es ist okay für den Preis. Oben kannst du dann ein Mikrofon anschließen und du kannst die Kamera auch mit einem Kopfhörerausgang benutzen. Das heißt, du kannst Mikrofon quasi reingeben, Ton reingeben und den Ton abhören vor Ort, um festzustellen, passt das gerade mit der Szenerie, wo du gerade bist, ist es zu laut, stört hier irgendwas im Hintergrund direkt. Finde ich ziemlich gut, dass man das machen kann. Also diese Möglichkeit macht total Sinn. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Mikro-HDMI-Anschluss zu nutzen. Spielt für mich jetzt weniger die Rolle. Und du kannst die Kamera per USB-C laden beziehungsweise die Daten rüberziehen. Das finde ich auch sehr nützlich und ich finde es gut, dass Sony sich gleich für USB-C entschieden hat, weil das einfach die Zukunft ist und schon längst in vielen Geräten sich durchgesetzt hat. Das war es mit den Anschlüssen. Mehr gibt es nicht. Auf der rechten Seite gibt es auch keine Anschlüsse. Unten drauf, fangen wir hier unten an, genau, unten gibt es dann das Akkufach. Da sind die Kamera-Akkus, die NP-FW50, die kleineren, die kennt der ein oder andere vielleicht noch aus den ersten Generationen der A7-Reihe, wo dann Sony später sogar zwei Stück von Werk aus mitgeschickt hat, weil sie gemerkt haben, es ist einfach einer viel zu klein und reicht einfach von der Reichweite überhaupt nicht aus. Für diese kleine Kamera ist sie ausreichend und ich konnte mit dem Akku mit einer Ladung den gesamten Vormittag über hin und wieder filmen und fotografieren und hatte den zweiten dabei, braucht die ihn aber nicht. Das hat mich selbst gewundert. Spricht also im Positiven für diese Kamera. Und natürlich typisch Einsteiger-Serie. Du kannst die SD-Karte nur hier unten rausnehmen und wieder einlegen. Ist sehr fummelig, das nervt ein bisschen, aber es ist okay. In der Regel legst du eine Karte ein und die bleibt dann drin, solange wie du unterwegs bist. Und wenn sie groß genug ist, kannst du natürlich filmen und fotografieren, ja, bis du alles drin hast. Okay, die Rückseite, wir haben gerade darüber gesprochen, das ist das Display und das ist wirklich groß genug. Du kannst es umdrehen, kannst es auch schützend wieder reinlegen, reinklappen. Es gibt keinen Joystick hier oben. Es gibt nur die typischen Tasten wie Menü, Fn, das kennt man von den Sony, Kameras generell. Hier nochmal das Wahlrad, wo meistens die ISO draufliegt. Darunter dann der Play-Button und der Mülleimer. Und du musst über dieses Steuerkreuz auch durch das Menü scrollen. Das geht, das ist okay. Aber so ein Joystick wäre schon besser gewesen, finde ich. Gerade um den Fokuspunkt zu setzen, vor allen Dingen, wenn du damit fotografierst und mal nicht filmst, dann ist ein Joystick schon praktisch, finde ich, ein bisschen besser als Touch, weil man einfach präzise damit arbeiten kann. Gibt es nicht. Gibt es übrigens auch bei der ZV E1 nicht. Die 2.000 Euro Vollformat-Variante davon, die hat auch keinen Joystick. Okay, soviel zu den Tasten hier hinten und den Anschlüssen. Und obendrauf gibt es dann hier noch dieses, naja, Modus-Wahlrad nicht, aber ein Einstellrad hier oben, wo du dann nochmal die Verschlusszeit oder die Blende verstellen kannst, im dementsprechenden Modus, wo du eben bist. Da hätte ich mir gewünscht, hier vorne noch ein Einstellrad zu haben, aber gibt es nicht. Das heißt, hier oben musst du das quasi steuern, so halbautomatisch ist das dann am Ende. Daneben gibt es die C1-Taste. Da kannst du festlegen, ob der Hintergrund ein bisschen unscharf sein soll oder eben alles im Fokus sein soll. Meistens ist es mit dem Standard-Kit-Objektiv dann eh alles im Fokus, das meiste zumindest. Und wenn du auf die Taste drückst, wird der Hintergrund ein bisschen unscharf. Wie genau das aussieht, kannst du dir gern auf meinem Vlog, wie gesagt, anschauen. Da habe ich das Ganze eingeschaltet gehabt. Da siehst du quasi, was dann Unschärfe möglich ist mit diesem Objektiv. Dann hast du daneben einen großen Aufnahmeknopf. Der macht total Sinn, weil du die Kamera natürlich meistens zum Filmen benutzt und dann nur einen Knopf, hier oben brauchst, zum Auslösen oder zum Filmen starten. Den findest du sehr schnell und sehr eindeutig. Also da irritiert nichts. Dann hast du darunter noch die Möglichkeit, zwischen Foto, Video und S und Q durchzuschalten. Das kennen auch die meisten Sony-User. Wer jetzt neu in dieser Sony-Landschaft ist und das erste Kamera hat, da kannst du quasi zwischen dem Foto-Modus, zwischen dem Video-Modus und zwischen dem Modus, wo du Zeitraffer oder Zeitlupen erstellen kannst, wechseln kannst. Das ist ziemlich praktisch. Schöner wäre ein Modus Wahlrad gewesen, wo du auch wirklich sehen kannst, in diesem Bereich bin ich gerade, denn es kommt während der Aufnahme nicht wirklich raus. Also ich kann während der Aufnahme einstellen, dass ich den roten Rahmen im Display sehe, wie hier jetzt, dass ich weiß, die Kamera filmt mich gerade. Dann weiß ich, ah okay, ich bin im Video-Modus. Aber die anderen Modi fand ich ein bisschen kompliziert dargestellt. Daher, wenn du draufdrückst, achte darauf, in welchem Modus du bist und merke dir das. Du musst quasi mit der Kamera ein bisschen mitarbeiten. Dann ist das alles kein Problem. Du hast darüber dann den Ein- und Ausschalteknopf. Wie gesagt, On, Off. Und wenn du die Kamera eingeschaltet lässt und zuklappst, ist es so eine Art Stand-by-Modus. Und hier vorne gibt es quasi den Fotoauslöser hier. Und du kannst, wenn du ein Power-Zoom-Objektiv hast, was es ja auch nicht nur den 1650er-Bereich gibt, sondern auch mit dem 1020er beispielsweise, Blende 4, da kannst du auch mit dieser Taste hier rein- und rauszoomen. Du musst quasi das Objektiv an der Seite nicht anfassen. Ich nutze weder das eine noch das andere. Ich mag es, wenn ich drehen kann auf Objektive. Aber das ich mit gesagt habe, zur Vollständigkeit, du kannst bei den Power-Zoom-Objektiven auch hier oben am Auslöser selbst quasi reinzoomen und wieder rauszoomen. Daneben gibt es dann ein sehr gutes Dreikapsel-Mikrofon. Das ist wirklich, wirklich gut für ein internes Mikrofon. Funktioniert das perfekt, könnte ich fast sagen. Klar, so Störgeräusche und Windgeräusche sind trotzdem ein bisschen drin, gerade wenn du, auch wenn du den Windpuschel drauf hast und trotzdem viel Wind draußen geht, dann hörst du das trotzdem ein bisschen. Daher benutze ich das quasi nie. Also wenn, dann nutze ich dann so ein Aufsteck-Mikrofon, was jetzt nicht furchtbar teuer ist, aber deutlich besser am Klang ist. Der Ton ist gerichtet. Ich kann quasi selbst bestimmen, in welche Richtung quasi der Ton jetzt aufgenommen werden soll und mit dem kleinen Kabel dran geht das. Ich hätte auch das Sony-Mikrofon kaufen können dazu. Das war mir aber einfach im Verhältnis dann einfach zu teuer. Aber es geht natürlich. Du kannst die Sony-Mikrofone dir oben drauf setzen mit dem Mikro-Interface, Multi-Interface-Schuh. Das heißt, da musst du nicht zwingend jetzt dieses hier benutzen. Du kannst auch Sony-Eigenen verwenden oder eben Funk-Mikrofone. Geht genauso. Du musst nur wissen, wenn du so etwas anschließt mit Kabel, hast du dann beim ausgeklappten Zustand mit dem Display hier so ein bisschen das Kabel davor, das muss man dahinter klemmen. Das geht. Man muss quasi wissen, wie, aber das ich mit gesagt habe, das könnte stören, wenn du unterwegs bist und dich quasi voll immer sehen möchtest. Soweit zu den Anschlüssen. Und natürlich hat diese Kamera einen APS-C-Sensor, also nicht natürlich, sondern eher, das ist eher eine sehr positive Nachricht, denn in dieser Preisklasse ist es eher unüblich, dass man eine neue APS-C-Kamera vor allen Dingen in diesem Format bekommt. Das sind dann eher die ZV-Kameras, die Kompaktkameras angesiedelt, also um die 500 bis 700 Euro. Dementsprechend ist es nicht üblich, da sie ja nun einen 1-Zoll-Sensor haben, es ist nicht üblich, dass man dort dann APS-C-Sensor-Bereiche hat mit Wechselobjektivmöglichkeiten. So sieht das Ganze aus. Das ist der APS-C-Sensor. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ja, genau. Und da kannst du jedes Sony-Objektiv dran bauen, also ob APS-C oder Vollformat. Beide Varianten funktionieren perfekt, weil es eben der E-Mount ist und das ist schon ein Riesenvorteil. Das war für mich am Ende auch das Kriterium, weshalb ich mich dann doch für diese Kamera entschieden habe. Ich schwankte dann mit der Kompaktkamera oder eben mit der ZV-E10. Da wusste ich nicht so recht, was mache ich. Eigentlich soll es recht kompakt sein, also nehme ich vielleicht doch die 1-Zoll-Sensor-Variante. Aber am Ende, ihr wisst, wie das ist, da ich die Kamera als Zweitkamera benutze, gerade für B-Roll-Szenen oder auch zum Fotografieren mit den 24 Megapixeln, da dachte ich, macht das denn dann doch eher, Sony-Objektive mal dran wechseln zu können und ich habe es bislang nicht bereut, gerade wenn du am Set bist und längere Brennweiten auf der Hauptkamera hast oder eben ein Ultra-Weight-Wingel auf der Hauptkamera, da kann man mit der zweiten Kamera schon nochmal eine ganz andere Perspektive einfangen und wenn es eben nur ein Makro-Objektiv ist für die Shots, die man doch zwischen Reihen mitmachen möchte oder braucht, also es macht total Sinn, für einen moderaten Preis darauf mal zu schauen. Jetzt habe ich so viel gesagt zur äußeren Erscheinung, zur Handhabung und wie ich sie so erstmal im Groben und Ganzen finde und ich habe am Anfang gesagt, dass ich mir diesen Griff dazugeholt habe und nicht unbedingt, weil er in der Aktion war mit der Kamera, sondern weil er tatsächlich sehr praktisch ist. Also du hast die Möglichkeit, den Griff per Bluetooth mit der Kamera zu verbinden, da musst du kein Kabel anschließen oder irgendwie Kontakte zusammenschrauben, hier kommt eine kleine Batterie mit rein in den Griff und dann bist du quasi schon ready. Du verbindest das Ganze mit der Kamera und kannst dann über die Fernsteuerung hier das Objektiv rein- und rauszoomen lassen, du kannst die Aufnahme starten und stoppen, du kannst fotografieren, du kannst auch den C1-Button hier frei belegen und du kannst aber auch, wenn dich das alles stört, aber das Ganze verbunden bleiben soll, auch den Handgriff locken, indem du hier rüber gehst mit dem Schalter, dann sind die Tasten alle gesperrt und kannst quasi deine Vlogging-Szene durchdrehen, wenn du es nicht benutzen möchtest und gehst quasi sicher, dass nichts versehentlich verstellt werden könnte. Finde ich total praktisch und ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viel Spaß macht, weil die Länge ist perfekt, so für die Armlänge reicht es ideal aus für mich jetzt und der Griff fasst dich tatsächlich gut an, er ist breit und dick genug, der rutscht nicht aus der Hand und du kannst ihn auch eben hinstellen, um mal einen Zeitraffer zu drehen oder eben um zu sagen, ich drehe mal draußen eine Szene mit Tripod, auch wenn er klein ist und du musst nicht extra einen Tripod mitschleppen. Soviel zu dem äußeren Großen und Ganzen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Kamera nicht nur klein ist und quasi für Vlogging und Fotografien geeignet ist. Du hast auch viele diverse Möglichkeiten, zum Beispiel kannst du beim Filmen auf den S-Log Ton oder S-S Ton beziehungsweise kannst du zurückgreifen, das heißt, wenn du andere Sony Kameras hast, kannst du den Look quasi fast eins zu eins anpassen und hast dann aus beiden Welten, also aus einer teureren Kamera vielleicht oder einer früheren A7 Kamera, hast du hier den ähnlichen Look, du hast die Möglichkeit quasi die Videolooks und Fotolooks fast eins zu eins anzupassen, das ist richtig gut, das ist ein Vorteil, wenn du im Sony-Universum schon länger dabei bist und einfach diese Kamera zusätzlich hast, aber nicht nur beim Filmen, sondern auch beim Fotografieren bekommst du eben den Sony-typischen Look. Du hast jetzt hier keinen neuen Sensor drin, der Sensor ist schon ein bisschen älter, das ist auch kein Stacked-Sensor, das heißt, du hast eben die 24 Megapixel, wie man sie von früher kennt, du hast nicht ganz den guten Weißabgleich, der ist okay, der Weißabgleich, der ist völlig okay, aber eben die neuen Farbtöne, wie bei der A7 IV oder wie bei der A6700, die APS-C Kamera oder die A7 R5, also sowas darfst du nicht vergleichen, das ist dann hier schon eher etwas einfacher gehalten und da muss man meistens dann nachjustieren, weil es von Haus aus okay ist, aber so präzise, so on point, wie bei der A7 R5 beispielsweise, ist es dann nun doch nicht. Da kann man sich mit der Graukarte behelfen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also daran entscheidet sich unbedingt die Weltherrschaft, ja, das kann man also auch selbst noch ein bisschen nachsteuern. Ansonsten zum Filmen, natürlich kannst du auch 4K wunderbar filmen, also ein kristallklares Bild bekommst du, das ist ein 6K Oversampling, das heißt ein 6K Bild wird runtergerechnet auf 4K, dementsprechend hast du eine wirklich sehr gute Bildqualität im 4K Video, du kannst auch Slowmotion mit 100 Bildern filmen, aber dann eben in Full HD, 4K 120 geht nicht, also die Zeitrafferfunktion mit 4K Auflösung nativ hat die Kamera leider nicht, die hätte dann die A6700, die kostet dann aber auch mehr als das Doppelte, das muss man dann ebenso sehen. Soviel zum Filmen, ich wollte noch etwas zum Bildstabilisator sagen, denn das ist ja meistens das Ausschlaggebende für die Vloggingkameras, weshalb auch meistens ihr vielleicht doch eher die GoPro verwendet oder ein Telefon, weil die Bildstabilisierung darin wirklich sehr, sehr gut ist und offensichtlich ist die ZVE10 nicht ganz so gut. Was heißt offensichtlich, es gibt ja bereits schon diverse Reviews zu dieser Kamera, die auch belegen, dass der Bildstabilisator jetzt nicht unbedingt der Beste ist und da kommt es darauf an, was du am Ende für Objektive daran verwendest. Das heißt, nehme ich das 1650er wie hier, dieses Standard-Kit-Objektiv mit Blende 3.5 zu Beginn und Blende 5.6 auf 50 Millimetern, dann ist nicht nur alles im Fokus und nichts freigestellt, sondern da bin ich bei 16 Millimetern, auch wenn das im Video, im Vorschaubild erstmal schon weit aussieht, bin ich tatsächlich doch näher als gedacht, wenn ich die Bildstabilisierung einschalte, beziehungsweise im Nachhinein nochmal nachträglich das Bild stabilisieren muss, dann verlierst du Brennweite. Am Ipsy habe ich tatsächlich das Ganze dann so gemacht, dass ich in der Kamera nicht stabilisiert gefilmt habe, das Ganze natürlich sehr shaky war, aber die Kamera hat einen Vorteil und zwar zeichnet sie über die internen Sensoren auf, welche Bewegungen du gerade machst. Das heißt, du kannst im Nachhinein nach Hause kommen und die Sony eigene Software dazu bemühen und die Clips alle im Nachhinein nochmal stabilisieren lassen. Das heißt, sie bekommen erstmal den natürlichen Look 16 Millimeter und gehst in das Programm rein, verlierst du, das ist völlig normal, Brennweite, also du bist näher dran. Brennweite verlieren heißt, du bist nicht ursprünglich wie jetzt, wie ihr mich hier seht, quasi du siehst noch ein bisschen was von meinem Studio, sondern du bist ein bisschen näher dran, weil das Bild eben stabilisiert wird und die Ränder ausgeblendet werden. Und das kann ein Problem sein, wenn 16 Millimeter dir nicht reichen, gerade on location, wenn es doch sehr shaky ist, also sehr wackelig ist, dann kann es sein, dass 16 Millimeter einfach nicht reichen und das hatte ich teilweise auch das Gefühl, es gibt Situationen, da ist es einfach zu wenig und da könnte man beispielsweise auf einen 11 Millimeter gehen von Sony, das gibt es, das ist sehr gut, das 11 Millimeter 1.8 oder das 10, 20er Objektiv, also du gehst dann einfach weitwinkliger, hast zwar immer die Bewegung und Verwackelung im Bild, du kannst aber mit der Software am Nachhinein das Ganze korrigieren lassen und auch wenn du Brennweite verlierst, kommst du am Ende vielleicht auf 14 bis 16 Millimeter und das ist weit genug, finde ich, also da kannst du immer noch zeigen, wo du bist, in den Bergen, am See, draußen oder bei der Familie, im Urlaub, das kannst du tatsächlich wunderbar dann zeigen, weil immer noch genügend im Bild gezeigt werden kann. Nur, dass ich es mit gesagt habe, also die Kittlinse an sich, die Kittlinse ist okay, aber man darf da keine Wunder erwarten, was das Filmen und Fotografieren angeht, das ist eher, du hast mal noch einen Clip gedreht, man sollte dann aber schauen, gerade wenn es um die Verwackelung geht, dass man andere Objektive verwendet und beim Fotografieren sowieso, also die optischen Eigenschaften sind bei den anderen Objektiven, die eben nicht mit dabei sind im Kit, meistens deutlich besser. So, ich habe es eben nochmal umgebaut und habe die ZVE 10 zum Filmen hier initiiert, ihr seht das jetzt, das ist der APS-C Sensor mit dem 24mm Objektiv auf Blende 1.4 und im Hintergrund sollte es etwas unscharf sein auf Blende 1.4, doch, doch, das sollte schon klappen, das heißt, das ist alles jetzt wie bei meiner Sony A7R5 im Vorfeld ähnlich eingestellt, der Look ist ein bisschen anders, klar, das ist ein anderer Sensor, keine Frage, aber ich denke, du kriegst jetzt einen recht guten Eindruck, wie die Kamera auch in Studiosituationen aussieht und wirkt und was sie da erzeugen kann und ich denke, das kann sich sehen lassen, man kann da wirklich recht gute Videos, also gute Bilder erzeugen und das sieht auf dem Display, sieht das gar nicht so schlecht aus, ich habe jetzt auch nicht furchtbar lange gefummelt, ist ein bisschen umständlich, weil man muss bei dieser Kamera, um manuell filmen zu können, quasi in den in den Fotomodus gehen, auf manuell alles einstellen und dann zurück auf den Videomodus und dann hast du die Einstellungen drin quasi vom Fotomodus manuell, im Videomodus, das heißt, alle Parameter manuell eingestellt und ja, ist ein bisschen fummelig, ein bisschen tricky, es geht, für draußen, für Vlogs ist es weniger entscheidend, weil da lässt man meistens vieles auf Halbautomatik stehen, weil sich Lichtverhältnisse und Situationen schnell ändern können, aber drinnen im Studio oder bei kontrolliertem Licht, da möchte ich schon selbst Herr der Dinge sein, um zu sagen, okay, das möchte ich jetzt so haben oder das soll dementsprechend so aussehen, ja, geht wie gesagt, es geht, aber für drinnen ist es ein bisschen umständlich demzufolge, es wird drinnen jetzt auch nicht meine erste Wahl der Kamera, aber das ich mit gezeigt habe, der Vollständigkeit halber, so sieht das Ganze aus, wenn drinnen quasi mit der ZVE10 von Sony gefilmt wird. Soviel zum Filmen und natürlich Fotografieren geht genauso gut, die 24 Megapixel reichen in der Regel für Familienaufnahmen oder wenn du im Urlaub bist oder mal eben noch ja von der Verwandtschaft fotografieren oder du bist draußen am Wandern, reicht auch völlig aus, das sind 24 Megapixel für den Privatgebrauch völlig ausreichend, im Zweifel kann man heutzutage auch Software bemühen, um quasi hochskalieren zu lassen, wenn du sagst und dieses Foto ist so gut geworden, das möchte ich gern doch größer drucken, geht das natürlich auch, aber für das meiste reichen 24 Megapixel aus. Einschränkungen gibt es natürlich so ein bisschen in der Farbtiefe, das ist ein APS-C Sensor, das ist jetzt nicht der Look von Vollformat, also Look im Sinne von die Farbtiefe von 14 Bit wie Vollformat in der Regel heutzutage hat, da muss man einfach damit leben und das Rauschverhalten ist auch bei den APS-C Sensoren für meine Begriffe inzwischen gar nicht ausgelutscht, aber man hat einfach jetzt rausgeholt, was rauszuholen geht, da gibt es immer mal noch so kleine Verbesserungen, da geht immer noch so ein bisschen was, aber nicht wirklich viel und für den Normalgebrauch ist das auch völlig ausreichend, man darf nicht vergessen, hier kannst du bis auf ISO 50 runtergeben, typischerweise ist da bei ISO 100 nach unten Schluss, aber ISO 50 bedeutet gerade wenn du mal irgendwo im Wald unterwegs bist oder einen Wasserfall fotografieren möchtest, du bist dann bei Bewölkung, dann kann das dafür sorgen, dass du nicht zwingend einen ND-Filter brauchst für die längere Belichtung, das kann ein Thema sein, also da bin ich sehr froh und zufrieden, dass die Kamera tatsächlich ISO 50 sogar kann, aber ich würde im Zweifel schon einen ND-Filter mitnehmen, aber dass ich es mit gesagt habe, im Zweifel kann das dir mal die Situation retten, dass du eben länger belichten kannst bei Tag, ohne einen Filter mitnehmen zu müssen. Kann man ansonsten auch alles andere fotografieren? Ja, natürlich, der Autofokus ist wirklich schnell, der ist gut, nicht auf dem Niveau von einer A74, A7C und dergleichen, aber der Autofokus ist schnell genug und hat jetzt vor kurzem noch ein Update bekommen, wo also auch in Echtzeit Tiere getrackt werden, also der Tieren-Augen-Autofokus ist jetzt auch mit implementiert fürs Fotografieren und fürs Filmen, das heißt nicht nur Menschen beim Vlogging, die eigentlich die Zielgruppe sind, werden damit gut getrackt, sondern auch dein Hund, deine Haustiere oder wenn du draußen bist, Pferde fotografieren, das funktioniert recht gut, das heißt in Echtzeit wird ja auch angezeigt, wo sich das Objekt befindet mit dem Auge und das ist wirklich ziemlich gut, die Kamera hat ja nun keine künstliche Intelligenz implementiert wie die neueren Kameras von Sony, dementsprechend ist es wirklich gut, dass der Sensor das noch leisten kann und ich finde es auch bemerkenswert, dass Sony dieses Update noch zu dieser Kamera gebracht hat, denn sie liegt nun deutlich unter den Kameras, die heutzutage von Sony neu verkauft werden vom Preis, dementsprechend ist es für meine Begriffe auch ein Argument, um zu sagen, die Kamera sollte man sich doch mal ernsthaft anschauen. Jetzt kommen wir zum Thema Nachteile oder wo ich jetzt Verbesserungswünsche habe, gerade in der Nutzung, nicht nur für das Vlogging, sondern auch generell im Workaround mit dieser Kamera, denn wenn ich jetzt mich in die Sony Kameras einlese und möchte mir meine erste Kamera kaufen, ich möchte jetzt eine größere Reise antreten, ich möchte filmen, ich möchte fotografieren, aber Packmas ist echt ein Thema und es soll klein und kompakt sein, dann würde ich diese Kamera eher erstmal nicht empfehlen, dann würde ich ja sagen, schau dir die A7 IV beziehungsweise die A7C an, weil die A7C vor allen Dingen nochmal deutlich kleiner ist, also fast so groß wie diese hier, ein bisschen größer, aber hat dann Vollformat gleich, hat den großen Akku, hat einfach mal Möglichkeiten, hat zwar einen schlechten Sucher meistens, aber du hast einen Sucher im Zweifel und musst nicht immer nur über das Display gehen, also das kann tatsächlich ein Vorteil sein, kostet aber auch nochmal mehr. Wenn du sagst, okay, das Geld ist knapp, ich möchte aber doch eine gute Kamera für Fotografie und Filme dabei haben und möchte keine Kompaktkamera mit festem Objektiv, sondern schon die Möglichkeit haben, dass ich mir wenigstens ein Objektiv dazu vorher aussuche, was ich dann wirklich dafür kaufe oder dabei habe und dann immer drauf lasse, dann wäre das tatsächlich eher schon in die Richtung, wo ich sagen würde, schau dir diese Kamera an, sie liegt aktuell zwischen 550, 600 Euro, je nachdem wo und wann du sie gerade kaufst, also tatsächlich preislich fast unschlagbar. Der große Bruder davon, die ZV-E1, das Vollformatmodell, hat natürlich den größeren Akku, hat ein besseres Autofokus-System, so ein bisschen was, hat aber keine Suche und kostet einfach 2000 Euro, dessen muss man sich bewusst sein, da bekomme ich für hier zwei Objektive oder ein Objektiv und kann den Rest des Geldes in das nächste Flugticket stecken oder in den Urlaub, wo ich hinfahren möchte, dessen muss man sich einfach bewusst sein, man kann da eine ganze Menge sparen, auch wenn du Vollformat dann hättest, aber wenn das Geld knapp ist, empfehle ich dir eher, dieses Modell mal anzuschauen oder wenn du bereit bist, um die 1000, 1200, 300 Euro zu zahlen, vielleicht eine gebrauchte A6700 oder im Angebot irgendwo, wenn du sie irgendwo günstig bekommen kannst, die A6700 wäre dann noch tatsächlich eine Alternative, die auch nochmal einen deutlich besseren Autofokus hat, die kann auch 4K Slowmotion, also 4K Zeitlupe, kannst du damit auch filmen, du hast den großen Akku, es gibt da schon ein paar Vorteile, du hast einen recht okay, schon eine Suche drin verbaut, die ist da tatsächlich eher, denke ich, mit in Betracht zu ziehen, als die Vollformatmodelle, je nachdem, was du machen möchtest und was du gerade suchst. Könnte man die gebrauchte A7C anschauen, die erste Variante, ja natürlich, aber die hat halt auch den alten Sensor. Gut, das wäre dann Vollformat, aber das ist eben der alte Sensor, quasi dieser hier auch, nur dass dieser hier APS-C ist, also da würde ich tatsächlich überlegen, ob man vielleicht eher die A6700 anschaut, weil die da deutlich neuer und besser ist einfach oder eben das Geld spart und diese nimmt. Ansonsten von den Alternativen her, in den anderen Kamerasparten muss ich sagen, wurde ich nicht fündig. Ich habe bei Nikon geschaut, da gibt es eine ja, die 30er, aber die fand ich jetzt nicht so zwingend mindestens gleichwertig oder sogar besser, sondern eher schlechter im Workaround, hatte ich das Gefühl, zumindest vom Datenblatt las sich das nicht so gut wie diese hier und preislich ist das natürlich auch mal dort eine ganz andere Liga. Das heißt also, man steht so ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht mehr als 1000 Euro ausgeben mit Objektiv, eine gute Kamera, vielleicht noch zwei, drei Akkus dazu, da wird es dann schon recht eng und sehr schnell kommst du dann auf Sony und wirst die ZV-E10 wahrscheinlich in Betracht ziehen und ich muss sagen, selbst ohne extra Mikrofon obendrauf gesteckt, egal welcher Sorte, macht die Kamera wirklich eine gute Performance. Also man kann dieses interne Mikrofon zum Beispiel auch wunderbar schon so out of Kamera benutzen. Den Windpuschel gibt es dazu geliefert, das heißt, du gehst trotzdem sicher, dass du bei Wind draußen oder bei ein bisschen leichtstürmischem Wetter draußen trotzdem eine recht gute Audioqualitäten abrufen kannst. Also von daher ist das tatsächlich für meine Begriffe ein gutes Gesamtpaket für die, die eben, wie ich es gerade eben sagt, in dieser Situation stecken, nicht unwahrscheinlich viel Geld ausgeben wollen oder können oder eben die, die sagen, so eine zweite Kamera zum moderaten Preis, wo ich mal noch eine zweite Brennweite draufpacken kann, aber ich möchte da jetzt kein Vermögen investieren. Dafür ist es tatsächlich auch gut geeignet für alle, die draußen unterwegs sind und Abenteuer erleben wollen, also im Sinne von richtig bei Regen draußen unterwegs, bei Schnee, am Strand, bei Sand. Die Kamera wirklich widrigen Bedingungen aussetzen, denen würde ich die ZV-E10 eher nicht empfehlen, weil sie nicht dafür abgedichtet ist. Auch wenn du Objektive dran benutzen kannst, die abgedichtet sind, bringt dir das nichts, weil die Kamera an sich selbst keine witterungsbedingt feste Kamera ist. Das muss man wissen. Du kannst sie natürlich trotzdem benutzen, dafür kaufen und muss dann dafür sorgen, dass die Kamera dementsprechend geschützt wird. Das geht natürlich, das habe ich früher auch mit meinen älteren Kameras gemacht, es geht, aber im Zweifel ist es schon ganz nett, wenn man weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass die Kamera mich nicht im Stich lässt und das vermittelt schon so ein Gefühl von Sicherheit und ich kann mich auf die Situation einlassen und es kommt gerade eine kurze Regenschauer, das macht aber nichts. Ich lege sie nachher ins Trockene und dann passt das wieder. Das ist fürs Gefühl, emotional macht das was mit dir und es sorgt schon so ein bisschen für ein Sicherheitsgefühl in dir. Dementsprechend würde ich es einfach mit bedenken, wenn du dir überlegst, diese Kamera anzuschauen. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze jetzt ein bisschen eindrücklich war. Ich hoffe, dass das Ganze ein bisschen geholfen hat, die Kamera einzuordnen. Die Kamera wurde 2023 am meisten von Sony verkauft, sie ging quasi am meisten vom Band zu den Leuten nach Hause wie keine andere Kamera und ich muss sagen, der Hype ist wirklich real. Ich habe mich sehr auf die Kamera gefreut und ich benutze sie auch wirklich sehr gern, auch wenn es mit einer der schlechten Kameras ist, die ich besitze. Ich benutze sie sehr gern, sie macht wirklich Freude, sie macht Spaß beim Benutzen, beim Filmen, auch beim Fotografieren vor Ort. Also ich muss sagen, die Kamera, irgendwas löst sie in mir aus, auch wenn es keine Fuji ist, wo ich sage, das macht tatsächlich Spaß mit der Kamera zu arbeiten. Apropos Fuji, das wollte ich noch zeigen. Keine Größenvergleich. Die X-T2, die ich auch sehr gern benutze, auch APS-C-Sensor und ihr seht offensichtlich, gibt es da hier einen Größenunterschied, der jetzt nicht von der Hand zu weisen ist. Also die Fuji ist noch mal einen ganzen Ticken größer, auch schwerer, trotz L-Bracket. Da ist tatsächlich was dran, also die Kamera ist wirklich klein und leicht und ich hoffe, ich konnte das gerade ein bisschen rüberbringen. Wenn du dir von der Kamera noch mal auch von den Video-Qualitäten einen Eindruck machen möchtest, schau gern in meinen Vlog vom Eibsee. Da habe ich die Kamera wirklich bei minus 5 Grad mit draußen im Schnee, bei Eis und es schneide auch tatsächlich teilweise auf uns drauf mit der Kamera gefilmt. Dort habe ich sie auch zum Fotografieren benutzt. Schau gern mal in das Video rein, da kannst du dir direkt mal den Eindruck machen, auch von dem Prozessor da drin verbaut. Das sind auch mit den Möglichkeiten, im Nachhinein zu stabilisieren, auch von dem Ton. Also man kann sich wirklich einen guten Eindruck, denke ich, machen. Das empfehle ich sehr, dort einfach mal reinzuschauen. Dann weißt du ungefähr, von was ich hier spreche und bekommst vielleicht noch ein besseres Bild von dieser Kamera. Und dann hoffe ich, dass das Video für dich interessant war. Ich hoffe, ich konnte dir etwas rüberbringen, was die Kamera kann und wo ich auch ein bisschen die Grenzen sehe. Und ich hoffe, ich konnte vor allen Dingen rüberbringen, ob die Kamera für dich etwas ist, wenn du sie interessant findest. Dann schreib mir natürlich gern unter dieses Video, wie du die Kamera findest. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen hier, abonniere meinen Kanal natürlich und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Vielen Dank!